Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr gute Hochzeitsbilder im Anschluss an eine standesamtliche oder kirchliche Hochzeit macht. Wichtig dafür ist die Location, die ihr dann aussucht. Und die solltet ihr auf jeden Fall im Vorfeld schon mal euch angeschaut haben. Und zwar auch zu der Uhrzeit, wann ihr die Fotos tatsächlich machen wollt. Wichtig ist immer der Hintergrund. Das heißt, ihr besucht die Location und dann schaut ihr euch tatsächlich um. Warum habt ihr irgendwas im Hintergrund, was euch stört? Wie Stromleitungen, Verkehr oder hässliche Gebäude, die einfach dastehen, die man ganz schnell übersehen kann. Ihr habt eben im Hintergrund die Autos gesehen und an dieser Stelle muss ich sagen, für Hochzeitsfotos gehen vorbeifahrende Autos gar nicht. Deswegen breche ich an dieser Stelle diese Location ab und wir fahren einfach mal weiter und gucken mal, was sich besser eignet. In diesem Sinne, bis gleich. So, den Verkehr haben wir jetzt ausgeblendet. Wir haben auch sonst nichts mehr Störendes im Hintergrund. Vielleicht mal den einen oder anderen Spaziergänger, aber das wäre bei Hochzeitsbildern kein Problem. Damit muss man immer rechnen. Aber wir haben ein anderes Problem und zwar die Sonne. Die Sonne scheint mir jetzt mehr oder weniger schräg ins Gesicht. Blendet mich, da sieht man auch, dass ich die Augen ein wenig verkneifen muss. Und was ein weiterer Nachteil ist, die Sonne macht ein ungünstiges Licht und gerade die Haut sieht da nicht gut aus. Man kriegt unter den Augen, werden Ränder angezeigt. Es ist allgemein kein schönes Licht. Ihr werdet aber das Problem haben, dass ihr in den Sommermonaten oftmals zu Tageszeiten die Fotos machen wollt oder müsst, dass die Sonne halt wirklich das Ganze sehr stark behindern wird. Deswegen habt ihr die einzige Möglichkeit, guckt euch im Vorfeld das Plätzchen an, wo ihr fotografieren wollt und stellt die Brautleute im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten. Ich gucke mich hier mal um. Leider finde ich hier kein Schatten. Ganz im Gegenteil, wir stehen eigentlich mitten auf dem freien Feld. Von daher ist das hier keine gute Location, um wirklich tolle Bilder machen zu können bei strahlendem Sonnenschein. Ganz anders sieht das aus, wenn der Himmel komplett bedeckt ist. Dann wäre diese Option möglich. Deswegen würde ich sagen, wir hören hier auf und mal gucken mal an einer anderen Stelle, wo es besser passt. Die nächste Location habe ich gefunden. Es ist ein Turm, der im Hintergrund zu sehen ist. Das ist eine Warte. Hier ist normalerweise Gastronomie drin. Das heißt, insbesondere an den Samstagen ist hier natürlich eine Menge los. Aber wenn die ein Brautpaar sehen, dann helfen euch die Spaziergänger und Gäste garantiert. Gehen freundlich aus dem Bild. Also das sollte kein Problem sein. Ihr müsst sie einfach nur höflich ansprechen. Was an der Natursteinmauer immer schön ist, das lässt sich gut kombinieren mit der feierlichen Kleidung des Hochzeitspaares. Gerade Schwarz-Weiß-Bilder können daraus super entstehen. Also stellt sie euch entsprechend hin. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir schauen uns gleich noch mal ein bisschen um, was es hier alles zu sehen gibt. Sucht euch einfach schöne Hintergründe. Wie hier haben wir eine Kapelle. Dann wunderbar einen glühenden Strauch. Herrliche Farbkontraste gibt es. Und was ganz besonders toll ist, wir haben jetzt circa halb sechs und die Sonne geht so langsam unter. Das heißt, das Licht wird angenehmer. Die Haut sieht viel lebendiger und viel gesünder aus. Wenn ihr Glück habt und ihr könnt die Fotos erst so spät machen an einem Hochzeitstag, dann versucht das mit dem Brautpaar so abzustimmen. Weil die Bilder werden einfach viel toller und ihr müsst nicht so viel schattige Plätze suchen. Was manchmal im Sommer richtig schwierig ist, damit es auch nicht zu schattig wird. Okay, wir gucken uns weiter hier um. So, wir sind jetzt hier an der Vorderseite von der Kapelle angekommen. Und das Schöne ist, es ist so ein kleiner Balkon, der hier vorhanden ist. Hier könnt ihr die Brautleute richtig toll positionieren. Macht viele Bilder von den beiden. Sie werden es euch danken, weil es einfach eine traumhafte Kulisse ist. Und insbesondere für Schwarz-Weiß-Bilder ideal geeignet. Auch die Treppe bietet ein herrliches Motiv. Sitzend, stehend. Also von daher bindet das ruhig ein, solche Motive. Und wir haben jetzt die Kapelle quasi fast einmal, sind wir einmal rumgegangen. Und jetzt können wir hier nochmal ein bisschen weiter gucken, was sich noch so ergibt. Aber ich glaube, hier ist noch eine ganze Menge möglich. Grundsätzlich eignen sich Bänke immer super. Das Brautpaar kann sich hinsetzen, kann sich mal ganz entspannt zurücklehnen, kann einfach mal kurz die Seele baumeln lassen. Dann achtet aber nur darauf, dass im Hintergrund keine Papierkörbe sind oder sonstige Sachen. Und auch noch ganz wichtig, wenn ihr die Braut hinsetzt, dann lasst ihr eine Decke drunter legen, weil ansonsten, wenn das Kleid versaut ist, ist die Stimmung versaut. Von daher, ihr müsst darauf achten, wenn ihr irgendwie sagt, lehnt euch da an, setzt euch dorthin. Entweder ist die Bank oder die Wand sauber oder ihr habt eine Decke im Vorfeld organisiert, dass ihr immer sagen könnt, Achtung, wir legen die aus. Die Braut und der Bräutigam setzen sich natürlich nur dahin, wo es auch sauber ist. Okay, wir gehen weiter. Diesen Weg, den ihr hier im Hintergrund seht, könnt ihr wunderbar nutzen, um die Blickführung auf den Turm zu lenken. Das heißt, der Weg führt euch gerade weg zu dem Turm. Hier könnt ihr das Paar idealerweise positionieren, schaut sich verliebt an, hat sich im Arm, küsst sich. Ein tolles Motiv. Aber Achtung, ihr seht im Hintergrund die Stromleitungen. Das müsst ihr unbedingt bei der Wahl eures Bildausschnittes beachten. So, das war's mit der kleinen Rundreise. Welche Plätze sich gut und welche sich schlecht eignen, wo die Gefahren lauern. Ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps und Anregungen was anfangen und könnt das in eure Kreativität umsetzen. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020